Es ist immer schön, wenn Sachen auf dem Platz umgesetzt werden, die man in der Spielvorbereitung bespricht und da behäutete, waren halt eine Menge Sachen dabei. Ja, dass wir defensiv sehr geordnet gestanden haben, dadurch dem Gegner auch keine Räume gelassen haben, auch keine Chancen zugelassen haben. Also bis vielleicht auf zwei Schüsse, aber das schätze ich mal lässt sich gegen Lübeck nicht vermeiden. Und auf jeden Fall haben wir verdient gewonnen. Naja, wir waren nicht unbedingt Favorit, wir sind sicherlich in einer guten Rolle, weil wir jetzt ein paar Spiele gemacht haben, die auch zu Punkten geführt haben. Aber erstmal das Spiel gegen den Ball, die Grundordnung gegen den Ball, die Mannschaftsteile eng zu halten, das Umschaltspiel bzw. das Spiel auf Ballbesitzung, Kombinationsspiel, Standardsituationen nutzen, Standardsituationen herausholen, schnell wieder in die Grundordnung finden, defensiv wie offensiv. Also gibt es heute eine Menge positive Sachen. Wir wussten, was Lübeck kann, wussten auch, dass sie da nicht zu Unrecht stehen. Allerdings sind wir uns auch unserer eigenen Stärke bewusst. Ich meine, wir haben jetzt das achte Spiel hintereinander nicht verloren bzw. sieben gewonnen, einmal unentschieden. Da hat man dann auch ein gewisses Selbstvertrauen und geht dann auch mit dem gewissen Selbstvertrauen an die Sache ran. Deswegen war das jetzt nicht komplett überraschend, aber im Endeffekt auch trotzdem verdient. Also ich denke, dass alle Mannschaften, die auf den Platz gehen, dass die versuchen, da auch siegreich vom Platz zu gehen. Und das ist bei uns nicht anders. Also von der Seite her macht es im Moment Spaß. Jeder weiß, wo wir hergekommen sind, dass wir zu Beginn sicherlich auch ganz ordentlich Fußball gespielt haben, dass die Resultate aber nicht gepasst haben. Und jetzt ist es so, dass Spielweise und Resultate passen und das werden wir natürlich so lange genießen, wie es geht. Wir fahren eigentlich ganz gut damit, dass wir von Spiel zu Spiel gucken, weil nach ganz oben ist der Zug abgefahren. Ich meine, Meppen hat, glaube ich, 20 Punkte Vorsprung. Das ist Schwachsinn. Und wir waren ja seit Beginn der Rückrunde eher damit beschäftigt, uns von unten abzusetzen. Von daher gucken wir weiter von Spiel zu Spiel und gucken dann, was kommt. Bis zum nächsten Mal.